Das fünfundvierzigste Bild, Itá. Ja, es war gelungen. In Paraguay leben und arbeiten inzwischen etwa 6,6 Millionen Menschen. Dem Puls der modernen Zeit entzieht sich nicht mal das kleine Städtchen Itá, wie es die fröhliche, dynamische Musik nun erzählt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020